Niemand darf die verbotene Rennstrecke betreten, nicht einmal Mario. Aber wo ist diese verbotene Strecke und was passiert, wenn Mario trotzdem hingeht? Hier im verlorenen Land beginnt also meine große Abenteuerreise. Wo soll sich diese verbotene Strecke bloß befinden? Etwa wirklich hier, irgendwo auf der Insel? Oder doch woanders? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber wisst ihr was? Vielleicht sollten wir einfach mal einen Blick auf die Schatzkarte werfen. Zuallererst muss ich durch den Dschungel, da befinde ich mich jetzt. Dann geht es zum Dinosaurier und dann zur verbotenen Strecke? Na, ich weiß nicht, ob diese Schatzkarte wirklich stimmt. Aber wenn das wahr ist, müssen wir jetzt einen Dinosaurier suchen. Puh, wo soll sich dieser Dinosaurier bitte befinden? Und kann er uns wirklich dabei helfen, zur verbotenen Strecke zu kommen? Also, ganz im Ernst, ich weiß ja nicht. Zack, weiter nach oben. Die Treppe hinauf und dann... Oh, das sind ja die kleinen Trololololotia Monika-Raupen. Da schnappe ich mir gleich mal einen. Ha, immer wieder lustig. Vielen Dank für die kleine Mitfahrt. Oh, nein, 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 nein. Das war fies. Na warte, du kannst mir aber behilflich sein. Sprenge diesen Block. Perfekt. Dankeschön. Und da ist nochmal einer. Dich trickse ich diesmal aber direkt aus. Haha, so funktioniert das. Hey, schaut mal da vorne. Da ist ein Hinweisschild. Aber was genau steht denn da? Betreten verboten. Niemand darf zur verbotenen Dschungelstrecke kommen. Wer trotzdem kommt, kriegt ganz großen Ärger. Ach, pappalapapp, das ist so ein uraltes Schild. Das gilt bestimmt heute gar nicht mehr. Okay, wollen wir doch mal sehen, wie es hier weitergeht. Einmal per Wandsprung also nach oben. Na, das sollte doch funktionieren. Ha, da bin ich natürlich geübt. Sehr schön, schnell, 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 schnell. Wir haben es gleich geschafft, gleich geschafft. Und ja, gemeistert. Hey, da vorne, da ist unser kleiner Freund. Segel, 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 Flug, hallo. Hey, mein Freund, weißt du, wo auf dieser Insel ein Dinosaurier ist? Der lebt auf einer entfernten Insel, tief im Wald. Wenn du willst, bringe ich dich da hin. Spring auf. Oh, vielen Dank, sehr, sehr gerne. Dann mal los. Das ist ein weiter Flug. Also, festhalten. Wir fliegen nun zum Dinosaurier. Juhu, wir schaffen das. Boah, ist aber ein langer Flug, oder? Ja, wir sind aber gleich da. Oh, oh, ich verliere irgendwie an Höhe. Nein, nein, nein. Bitte keinen Sturzflug. Bitte nicht. Nein. Wow. Wo ist denn mein Freund hin? Oh, nee. Jetzt bin ich ganz alleine hier im Wald. Und hier soll irgendwo der Dinosaurier sein? Aber anscheinend soll mich dieser Dinosaurier zur verbotenen Strecke führen können. Boah, da bin ich ja mal gespannt. Ich kann schon irgendwelche Geräusche hören. Ob das wohl der Dinosaurier ist? Oh, da ist er ja, da ist er ja. Ich muss mich schleunigst verstecken. Hier findet er mich nicht. Oder, oder etwa doch? Nein, 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 nein. Ich muss von hier verschwinden. Sonst frisst er mich noch auf. Boah, aber wohin, wohin, wohin? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Nein, nein, nein. Der rast auf mich zu. Der rast auf mich zu. Ich muss schnell weg hier. Ich muss schnell weg hier. Oh nein, 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 nein. Nein, wow, wow. Der hat mich echt übel erwischt. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Und wie um alles in der Welt soll mich dieser Dinosaurier zur verbotenen Strecke führen? Oh, das war knapp. Oh nein, 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 nein. Ich muss mir schleunigst was überlegen. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich habe keine Ahnung. Oh, denk nach. Mario, denk nach. Hä? Da vorne. Da vorne ist ja ein Auto. Oh, das ist meine Rettung. Das muss ich mir schnell schnappen, bevor die Dinosaurier kommt. Der ist ja schon da. Oh nein, 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 nein. Jetzt aber weg hier. Weg, bevor alles zu spät ist. Nein, du darfst mich nicht kriegen. Wow. Ich habe nur noch einen Kraftpunkt. Alles oder nichts. Schnell, da vorne. Ja, da vorne ist das Auto. Ich habe es endlich geschafft. Schnell ins Gebüsch springen. Und ab ins Auto. So, jetzt schleunigst weg von hier. Wow. Wow. Ja, 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 ja. Oh, der Dinosaurier, der verfolgt mich. Ich möchte nicht gefressen werden. Hey, Moment mal. Hier scheint, haben wir den Dinosaurier abgehängt. Und irgendwie hat er uns zu dieser Strecke hier geführt. Aber das ist die Dschungelstrecke von Donkey Kong. Das ist noch nicht die verbotene Strecke, die ich suche. Die müsste sich irgendwo hinter dem goldenen Tempel befinden. Okay. Hey, schaut mal. Da vorne ist sogar der goldene Tempel. Das heißt, wenn ich hier durchgefahren bin, sollte ich am anderen Ende zur verbotenen Strecke kommen. So komme ich meinem Ziel ein ganz großes Stück näher. Perfekt. Aber Moment mal. War auf dem Schild nicht die Rede von der verbotenen Dschungelstrecke? Wer trotzdem dorthin geht, kriegt ganz großen Ärger. Ach, egal. Ich will da jetzt trotzdem hin. Also, los geht's. Da vorne. Ich kann sie schon sehen. Da ist die verbotene Strecke. Wow. Wir haben es tatsächlich geschafft. Schaut sie euch an. Wow. Das ist die verbotene Rennstrecke. Mit Looping. Einem Wasserfall. Einer langen Gerade, bis man wieder am Startpunkt ist. Alles klar. Ich bin bereit. Los geht's. Ging ein bisschen schief. Entschuldigung. Und nochmal. Autsch. Nein. Oh, Menno. Das gibt's doch nicht. Autsch. Oh, ich komme einfach nicht die Rampe hoch. Aufgeben kommt aber nicht in Frage. Nochmal. Juhu. Yeah. Ich hab's geschafft. Jetzt habe ich den Bogen raus. Gleich noch einmal. Und rückwärts kann ich das Ganze auch. Yeah. Juhu. Juhu. Die verbotene Rennstrecke macht super viel Spaß. Hä? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Na warte Mario. Hier darf man nicht fahren. Autsch. Die Strecke gehört meinem Papa. Und nur ich darf auf ihr fahren. Oh, Donkey Kong. Lass mich in Ruhe. Nein. Du kriegst jetzt Ärger. Das will ich nie wieder sehen. Oh, ich muss von hier verschwinden. Schnell. Du wirst niemals verschwinden können. Dich mach ich platt, Mario. Nimm das hier. Autsch. Ich hab keine Chance. Mir reicht's. Ich bin sauer. Ich bin wütend. Niemand darf hier fahren. Mario. Jetzt bist du ein für allemal fällig. Nimm das hier. Nein. Autsch. Ich kann nicht verschwinden. Ich muss mich Donkey Kong stellen. Aber es ist viel zu stark. Na warte. Komm her, wenn du dich traust. Und ob ich mich traue. Kopfnuss. Autsch. Mario. Verabschiede dich. Ein für allemal. Dein letzter Stündlein hat geschlagen. Donkey Kong. Donkey Kong. Nein. Bitte nicht. Lass ihn in Ruhe auf dem Gesicht. Bowser. Danke, dass du mich gerettet hast. Alles in Ordnung? Ja, aber ich glaub, Donkey Kong ist noch nicht platt. Schildkröten-Opa. Was machst du denn hier? Dich mach ich fertig. Na, dann komm doch her. Als ob du eine Chance gegen mich hättest. Natürlich. Spüre meine Affenfaust. Nein. Ich komm nicht mehr hoch. Oh nein. Der arme Bowser. Schwächling. Wie hast du mich gerade genannt? Ich glaub, du brauchst eine Abreibung. Na, dann komm doch her. Oh wow. Bowser kämpft, um mich zu beschützen. Du wagst es, gegen den König der Koopas zu kämpfen. Dafür bin ich der König des Dschungels. Und mindestens genauso stark wie du. Glaubst du wirklich? Ich beweise es dir. Super Spezial-Attacke. Lächerlich. Das kann ich auch. Jetzt kriegst du meine wahre Macht zu spüren, Donkey Kong. Wow. Das war echt nicht schlecht. Aber noch hast du nicht gewonnen. Du bist gut. Du aber auch, Bowser. Endlich ein ebenwürdiger Kampf. Du sagst es, Affengesicht. Aber ich bin stärker. Nein, ich bin stärker. Ich muss Bowser helfen. Mir muss schleunigst etwas einfallen. Aber was soll ich bloß tun? Ich hab... Hä? Da vorne. Da ist ja mein Auto. Oh. Schnell. Das schnapp ich mir. Das ist die Lösung. Bowser. Ich komme, um dich zu unterstützen. So. Macht euch bereit. Zeit für Mario Power. Was machst du? Los geht's. In Ordnung. Wow. Boom. Wir haben es geschafft. Donkey Kong ist erst einmal K.O. Mario. Danke für deine Hilfe. Du bist wahrlich der Beste. Nein, Bowser. Ohne dich hätte mich Donkey Kong zu Bananenbrei verarbeitet. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Der macht erst einmal ein schönes Schläfchen. Aber Bowser, warum hast du mir überhaupt geholfen? Wir sind doch Erzfeinde. Ja, das stimmt. Da hab ich aber eine wichtige Frage an dich. Und zwar? Wo ist denn Prinzessin Peach gerade? Oh. Die müsste eigentlich gerade im Schloss sein. Oh, perfekt. Dann kann ich sie dort entführen. Mach's gut. Äh, was? Er hat mir nur geholfen, um die Info zu bekommen? Nee, stopp. Moment. Lass Prinzessin Peach in Ruhe. Kennt ihr schon die Geschichte, in der Mario und Luigi Verstecken spielen, aber Luigi eigentlich gar nicht will? Tippt mal auf dieses Video, um euch diese Geschichte anzusehen. Bleibt katztastisch.